Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 11. Januar. Ja, ihr merkt schon, ich bin wieder fit und der Geek Talk ist zur richtigen Zeit in eurem Podcatcher gelandet und heute haben wir dabei Amazon, die Amazon Dash Buttons, Instagram, WeChat und das Samsung Galaxy S10. Nein, beginnen tun wir mit Amazon. Da ist jetzt bekannt geworden, dass die wohl an einem Streaming-Service für Spiele arbeiten. Sprich, die Spiele werden auf irgendeiner virtuellen Maschine mit ordentlich Rechenpower gehostet und eigentlich nur noch als Bildschirmausgabe bei dem Nutzer dann ankommen. Das gleiche hatte auch schon Google vor mit Project Stream und Amazon mischt jetzt wohl dann auch mit. Das macht auch durchaus Sinn, da Amazon ja auch schon Twitch, den Streaming-Anbieter für Gaming, für Gameplays, besitzt, die sie 2014 gekauft haben. Schauen wir mal, was dabei so rumkommt. Wo wir jetzt wissen, was rumgekommen ist, das ist bei den Amazon Dash Buttons. Das sind ja die kleinen Hardware Buttons, die man sich bestellen kann. Die klebt man sich manchmal neben die Waschmaschine und wenn man Waschmittel haben will, drückt man drauf und dann wird es automatisch bestellt bei Amazon. Da ist damals die Verbraucherzentrale gegen vorgegangen und hat geklagt, hat auch damals gewonnen. Damals bedeutet im März 2018, also vor ein bisschen weniger als einem Jahr, 10 Monate um genau zu sein. Ja, und Amazon ist natürlich in Berufung gegangen und gestern kam das Urteil, ja, auch in Berufung hat Amazon verloren. Die Verbraucherzentrale hat gewonnen vor Gericht. Und der Grund ist, der Nutzer wisse nicht, zu welchen Bedingungen und zu welchem Preis er bestellt und Amazon könnte sogar ein anderes Produkt liefern. Das klingt für mich durchaus alles sinnig, obwohl ich immer denke, also der Verbraucher ist ja durchaus gebildet genug, um eine gewissenhafte Entscheidung zu treffen, ob er sowas nutzen will oder nicht. Amazon hat sich auch schon direkt danach zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, dass das Urteil innovationsfeindlich ist, denn es hindert Kunden auch daran, selbst eine entsprechende informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob ihnen so ein Service eben ein bekümmendes Einkaufserlebnis ermöglicht oder auch nicht. Tja, schauen wir mal, ob dann noch das Spiel weitergeht oder ob es damit erstmal Schicht ist für die Dash-Buttons. Ich habe auch noch irgendwo einen Rumling, den ich nie benutzt habe. Neue Funktionen, die ich wahrscheinlich auch nie nutzen werde, das ist die Funktion bei Instagram, um ein Bild bzw. ein Posting, also ein Bild mit Text, auf verschiedene Accounts zu posten. Das ist eine neue Funktion, derzeit erst nur bei iOS verfügbar. Android wird wohl noch nachziehen. Und ja, dort kann man jetzt ein schönes Bild machen, den Text hinzufügen, die Hashtags und dann kann man unten noch auswählen, zu welchen Accounts das dann gepostet wird. Also wenn man mehrere Accounts hat, wenn man einen privaten hat, einen beruflichen, eine Firma betreut, dann kann man die jetzt alle mit einem Post gleichzeitig bespielen, was so absolut gar keinen Sinn macht. Also ich kann vielleicht noch bedingt verstehen, dass dasselbe Bild auf verschiedene Accounts gepostet wird, aber derselbe Text auch noch dazu. Ja, also da fehlt mir noch wirklich der Use Case und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich die Funktion benutzen werde, aber vielleicht wird die auch noch mal irgendwann geupdatet. Tja, ansonsten gibt es für Android zum Beispiel auch noch ein neues Feature, denn dort wurde der Fotoimport von Google Fotos nun etwas vereinfacht. Also auf jeden Fall ein paar Updates in beiden Plattformen. Wenn ihr Instagram-Freunde seid, dann schaut euch das doch mal an. Ja, ein ganz, ganz anderes Thema ist WeChat. Das ist ja praktisch das Facebook-Snapchat-Whatever-Alles in China und die hatten eine große Konferenz vor zwei Tagen in China, um genau zu sagen, in Guangzhou. Ich kann das alles nie so richtig aussprechen. Manche mehr, manche weniger. Guangzhou. Naja, also vergessen wir es. Also in China irgendwo hatten die ihre Konferenz und haben halt über die Zukunft von WeChat gesprochen und ist ein ganz interessanter Artikel. Ich habe ihn in den Shownotes verlinkt, aber zwei Sachen sind mir da wirklich aufgefallen. Der Chef von WeChat, und das ist der Sang Siaong Long, das habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt, der hat eine ganz andere Sicht der Dinge als viele andere soziale Netzwerke. Denn er möchte die Nutzer-Sessions so knapp und effizient wie möglich gehalten, wohingegen ja ganz viele andere soziale Netzwerke gerade den Nutzer lang in einer Session halten wollen, damit sie ihnen halt Werbung ausspielen. Interessanterweise hat WeChat zurzeit auch noch extrem wenig Monetarisierungsmöglichkeiten, sprich Werbemöglichkeiten. Das soll sich aber wohl auch noch ändern. Ja, mittlerweile nutzt die App eine Nutzerbasis von einer Milliarde Nutzer täglich. Und was ich dann dabei auch sehr interessant finde, ist, dass davon 65 Millionen Nutzer über der Altersklasse von 55 sind. Und das ist die am schnellsten wachsende Gruppierung in WeChat-Nutzern. Ansonsten sind die schon relativ outgemaxt in China, dass die nicht mehr so viel wachsen können und haben aber auch keine Anzeigen gezeigt, dass sie in den westlichen Raum wollen. Ich finde es ganz interessant, ja, weil ich auch noch ein paar China-Connections habe und gucke, was da so alles passiert. Und letztes Thema für heute. Samsung hat bekannt gegeben, wann sie das Galaxy S10, ihr nächstes Flagship-Smartphone, vorstellen werden. Viele haben das ja rund um den Mobile World Congress in Barcelona erwartet, wie es ja durchaus schon öfters mal passierte. Aber nein, es wird eine Woche vorher passieren, am 20. Februar. Und wo wird es passieren? In San Francisco. Ja, praktisch vor den Türen von Apple in Cupertino. Ja, ein Schelm ist, wer Böses dabei denkt. Aber ja, auf jeden Fall. Ein paar Tage vorher in San Francisco, das Galaxy S10. So richtig begeistert bin ich jetzt auch nicht mehr, aber genauso wenig bin ich begeistert, wenn ein neues iPhone vorgestellt wird. Ich werde es mir trotzdem angucken, ihr wahrscheinlich auch. Und ich hoffe, dass ihr auch am Montag wieder zuhört, wenn der Poughkeepsie euch wieder mit den News versorgt. Und bis dahin, habt einen schönen Freitag, habt ein tolles Wochenende, bleibt positiv. Und bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.